Komm, wir gehen lieber wieder. Aber ich will ne Note besser, ich klingel jetzt. Wer ist da? Wir sind's. Geht weg. Wir wollen nur kurz mit Ihnen als Lehrer reden. Kommen Sie, Sie müssen uns reinlassen. Na gut, aber geht zuerst zwei Schritte nach links. Seht nach oben. Lächelt. Ach, verdammt.